So, ihr Lieben, willkommen zurück hier in Fallout 4, nach wie vor in Nuka World am Start. Ja, wo es heute weiter geht, hier zurück in die World of Refreshment Anlage. Da habe ich ja gestern erfolgreich den Innenbereich der Nuka-Cola-Abfüllanlage gesäubert. Jetzt gilt es, den Außenbereich zu klären. Doch vorher würde ich gerne erstmal zurückgehen, Fettenrunde pennen, erstmal was essen und so. Denn der letzte Spielstand ist ein Exit-Safe und wenn ich jetzt draufgehe, dann müsste ich vom letzten Quick-Safe anfangen. Und der war sehr weit, sehr, sehr weit zurück. Deswegen erstmal zurückgehen, speichern und dann geht es wieder zurück. So ein Ding ist das. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, also, oh Junge, sind wir wieder hier dran. Gut. Okay, hier jetzt alles noch säubern. Warum ist das jetzt hier am Blubbern ist? Was gerade echt dezent nervig ist. Soundbug, ich freue mich. So, nochmal rein, nochmal raus. Okay, immer noch Soundbug. Alter, oh Junge, ist das ätzend. Okay. So, wo ist jetzt das Lämpchen? Da oben. Ist das nervig. Oh, ist das nervig. Oh, ist das dezent nervig, ne? Wetten. Wetten. Da ist eine Queen. 100 Pro ist da eine Queen. Könnte ich darauf wetten. Das ist, ich gehe hin, ich komme raus und... Die will mich bumsen, 100 Pro. Und hier. Ja, genau. Hab ich's noch gesagt. Gut. War abzus... War sowas von abzusehen. Das waren nicht alle, ne? Also noch, ne? Überlark-Mates. Brauche ich die ganzen fucking Nester noch, ne? Das da noch. So, hat die denn irgendwas gedroppt? Irgendwas schickes. Das... Das... Nehme ich mit. Das kann da bleiben. So, dann müssen wir hier noch gucken. Der da. Ne. Sind das die Nester, die da angezeigt werden. Ja, sowas ist da noch hier oben. Es läuft doch. Auch wegen dem nervigen Sound-Bug. Was echt ätzend ist. Was echt richtig ätzend ist. Okay, da muss ich irgendwie hoch. Mal gut mal da hinten. Schnauf, schnauf, schnauf. Ja, da ist was. Hab ich das jetzt getriggert? Ich glaube ja, ne? 100 pro. Ist ja die Sache, was da oben ist. Zement. Gehen wir mal gucken. Lecko. Mio. Jetzt ganz, ne, ne? Ne. Das dürften alle Nässe gewesen sein. Hoffe ich. Gehen wir hier hoch. Säubern den Rest. Raum fest. Leicht ist ja noch ein Kern irgendwo. Hochplatte. Da geht's raus. Ach, da kam ich dann. Ah, da raus. Okay. Jetzt weiß ich. Okay, jetzt weiß ich's. Okay. Hätte ich auch oben den Gang entlang rausgehen können? Gut. Ich stehe sorry, ne? Wegen dem Soundbuck. Muss jetzt noch einer sein. Okay, der ist da oben. Den haben wir hier oben irgendwo. Wann ist alle? Nein. Ist noch was. Da ist noch einer. Guck mal. Wo? So, hier innen drin. Irgendwelche Eier sind so ein Scheiß. Ich kann hier speichern. Danke, Spiel. Mega, danke, 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 Spiel. Wo's geht raus, hey? Und Antibiotika. Ich freue mich. Sehr schön. Hey, das hat sich gelohnt. Nice one. Sehr cool. Okay, wir können mal Zeug reparieren. Zerlegen. So, wo ist jetzt dieser letzte Gegner? Oder aber auch das letzte Nest, irgend sowas. Daumen. Daumen hinten oben. Schauen wir mal. Alles genau mal kunden. Ganz da oben. Oder da oben. Das kann auch sein. Alles möglich. Jetzt auch noch weiter. Stimmt hier drin. Nein. Ganz oben oben. Ich wusste doch. Irgendwo da oben lümmelt er rum. Oder nicht? Nee, ich muss die Fahne hissen. Ja, cool. Ich dachte, da wäre noch einer. Okay, aber das ist hier. Okay. Gut, dann. Alle hopp. Die Unternehmer. Nice one. Okay, das heißt, ich habe jetzt den kompletten Park übernommen. und habe... und habe... die Supermutanten, also die Jünger hier allen Gebieten zugewiesen. Okay. Speak to Gage. Das heißt, ich habe jetzt wieder zurück. Mit Gage reden. Okay. Da bin ich mal gespannt jetzt. Hey, mega. Gule Sache. Okay. Okay. Schauen wir das doch mal. Ich will runter. Front runter. Dann. Dann, dann, dann. Hier durch. Bin ich doch jetzt mal echt gespannt. Ich glaube, das überlebe ich nicht, den Sprung. Es muss irgendwo noch anders runtergehen. Ich habe gefühlt echt dezent keinen Bock da nochmal. Komplett. Da ist die Red Rockets Station. Ich käme hier auch außenrum rein. Ich hätte ja gar nicht da durchlaufen müssen überall. durch die ganze Scheiße. Siehste? Ich hätte auch einfach hier entlang gehen können. Hättest du es gewusst? Hey, wo war denn da der Eingang? Hier ganz außen. Okay. Okay, lass mal zu der Red Rocket gehen. Wollte ich jetzt zurückgehen. Hey, würde ich erst gerne mal hier zu der Red Rocket. Wo waren die jetzt? Warte, aber ich warte auf. Die war da hinten, ne? Da, genau. Und dieser Soundbug, ne? Ist das echt ätzend? Da ist auch noch was. Ich glaube, da hinten kam ich mit der Bahn rein, ne? Kann das sein? Ne, ne? Der Eingang war irgendwo weiter unten. Hier war der Bahn. Ja, genau. Okay. Alter, cool. Red Rocket. Lasst sie doch mal entdecken. Nuka World Red Rockets. Kann ich hier was bauen? Meinst du? Scheint echt so. Okay, ich muss irgendwas, irgendwas, irgendwas noch machen. Okay. Cool. Also hier ist eine Werkstatt. Das heißt, hier könnte man sich siedlungsmäßig was bauen. Sau cool. Sau, sau cool. Okay. Nice one. Finde ich cool. Schön. Freue ich mich. Jetzt aber erst mal wieder zurück. Da mal schauen. Das gibt ja noch wirklich ein sehr, sehr groß Bereich zu erkunden. Finde ich. Nice. Finde ich richtig cool. Oh, da wackeln wieder die ganzen Autos. Das ist wieder irgendwas am Start. Irgendwas. Ah ja, hört aber auf mit der Scheiße. Wo soll ich Drecks grillen oder so? Kack. Das ist cool. Sehen wir sich bewegenden Autos hier in dem Park. Das ist dezent ätzend. Das will keiner. Das braucht keiner. Noch irgendwas rum. Irgendwas hüpft oder kriecht da noch rum. Ja, genau. Das ist eine Grille. Noch eine. Das ist noch eine. Oh, du Dreckvieh. Ich hasse die. Ich hasse die. Ah. Weißt du, was fleuchtet und kreucht irgendwie? Geht mir auf den Sack. Die Scheiße hier. Das Blubbergeräuschen. Das nervt auch wie Sau. Es ist einfach nur ätzend. Und mehr jetzt hier. Sprechen zu gehen. Abgeben. Dann hast du das. Wahnsinnsgeräuschkulisse. Und die anderen sagen auch nichts mehr. Also gehen wir schnell pennen. In Hoffnung, dass das dann weg geht. Echt jetzt? Ist nicht dein Ernst. Oh, nee. Oh, nee. Okay, ich mach mal einen Neustart. Vielleicht hilft das ja. Weil das kann sich nicht anbieten. Das ist ja furchtbar. So, also kurz Neustart. Eine Ewigkeit später. So, mal schauen. Ob es jetzt besser ist. Ja. Ne? Komplett neu gestartet. Jetzt ist das. Soundmäßig doch alles wieder gut, ey. Alter, lecko mio. So. Verdammt, Mann. Du hast es echt geschafft. Nuka World gehört uns. Ganz Nuka World. Ja, aber hallo. Ich hab nur gemacht, was ich am besten kann. Hey. Wenn ich nicht geglaubt hätte, dass du's schaffst, hätte ich nicht mein Leben dafür aufs Spiel gesetzt. Aber trotzdem. Aber du musst wissen, wir hatten noch nie so festen Boden unter den Füßen. Jetzt, wo wir es so weit gebracht haben, sollten wir die Party am Laufen halten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns dem Commonwealth zuwenden. Wie wäre es, wenn du mich entscheiden lässt, was als nächstes kommt? Ist natürlich deine Entscheidung. Wollte dir nur einen Rat geben. Nuka World zu erobern ist ne große Sache, klar. Aber das darf nicht das Ende sein. Es muss der Anfang sein. Diese Wilden brauchen ein Ziel. Etwas, auf das sie sich konzentrieren können. Ansonsten gehen sie aufeinander los. Und bei so ner großen Operation brauchen wir mehr... Naja, von allem. Das kriegen wir nicht einfach so. Wir müssen es uns nehmen. Im Commonwealth gibt's jede Menge kleine Scheiß-Siedlungen, die man besser nutzen könnte. Meinst du nicht? Klingt, als hättest du das von Anfang an so geplant. Die Idee kam ja auch schon, klar. Ist alles nur ein Vorschlag. Du musst die ganze Sache absegnen. Wir müssen es ja nicht überstürzen. Wir gehen's langsam an. Wohl überlegt. Wenn wir uns nen Teil des Commonwealth schnappen wollen, brauchen wir die richtigen Kontakte und jede Menge Leute, oder? Ich würd sagen, wir reden mal mit Shank. Er kontrolliert, was nach Nuka World kommt und was hier rausgeht. Er hat das schon mal vorgeschlagen. Will mit dir reden, seit du hier den Laden übernommen hast. Er weiß also bestimmt, wo wir anfangen sollten. Er hat die Verantwortung für die Karawanen. Du findest ihn also vermutlich auf dem Markt. Okay. Wenn du dich für diesen Shank verbirgst, hab ich kein Problem damit. Na klar. Wie sonst sollte er denn ganz oben auf meiner Wunschliste gelandet sein? Geh einfach rüber und red mit dem Kerl. Er wird das bestätigen, was ich über das Commonwealth gesagt hab. Währenddessen sorg ich dafür, dass die Banden das Kraftwerk von Nuka World wieder zum Laufen bringen. Höchste Zeit, unser Licht leuchten zu lassen. Und den Leuten zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Oh. Und wenn du einen Rat willst, oder möchtest, dass ich mitkomme, sag mir Bescheid. Du bleibst hier. Alles cool. Gut. Dann ist das ja erledigt. Home sweet home. Talk to Shank. Talk to Shank. Okay, wo ist der denn? Beim Markt. Ich sollte aber vielleicht erstmal mit dem anderen noch reden, ne? Und so. Warte mal hier lang. Das wäre eine Überlebung. Ich habe jetzt im Prinzip hier alles übernommen. Und zwar alles, alles. Also, was war hier drin? Schauen wir mal, was die jetzt sagen. Also, was der Overboss ist. Hättest du nicht vor mir... So. Du verschaffst den Unternehmern ein gutes Leben, was Boss? Alles klächeln. Ihr Lieben. Wie läuft's? Läuft alles mit dem Job Overboss? Kann ich mich darauf verlassen, dass du dich darum kümmerst? Äh, ja. Ich erledige das. Ruhig Blut. Dann lass ich dich mal weiterarbeiten. Okay, also die hat nix. Hey, William. Es müssten ein paar Jobs verfügbar sein, falls du dir die Hände schmutzig machen willst. Sprich mit Max. Okay, 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 okay. Also, die bringen mir hier nix. Ich glaube, muss ich die Quests für die auch noch machen? Ist da die Frage? Ich weiß es nicht. Im Plan. Okay. Gut, wird sich zeigen. Dann würde ich sagen... spreche ich mit Shank. Doch das Ganze erst beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ja. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen. Bin ja auch dann wieder mit dabei. Werds. Ja. Es geht weiter am Samstag mit dem allwöchentlichen Hack-and-Slay-Day. Ja. Und Last Epoch, beziehungsweise Path of Exile. Und bis dahin. Macht es gut. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und jetzt. Okay. Vielen lieben Dank. Danke. 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 Vielen Dank.